Carlos, Patrick Fernandes, hatte in den letzten Monaten immer wieder Ärger mit der Polizei. Doch obwohl es Katrin, Ulrike Frank, nicht gelang, ihn wegen des vermeintlichen Mordes an Argem Sula ins Gefängnis zu bringen, reißen seine Probleme nicht ab. Nicht nur, dass Carlos der Prozess weiterhin nachhängt, darüber hinaus haben seine Lügen dazu geführt, dass sich Alicia, Josefeng Bressel, endgültig von ihm trennte. Demnächst bekommt er in der Serie, gute Zeiten, schlechte Zeiten, wieder Ärger mit der Polizei. GZSZ, Carlos, neuer Job Immerhin, in John, Felix von Jascharov, hat Carlos auf dem Kollekiz jemanden gefunden, der trotz seiner Vorgeschichte bereit ist, ihm eine Chance, beziehungsweise einen Job zu geben. Gegen die Vorbehalte von Erik, Patrick Heinrich, hat John Carlos als »Mädchen für alles« im Mauerwerk eingestellt. Für Carlos die Rettung in letzter Sekunde, denn nachdem sich herausstellte, dass Evelyn Steinburg, Sarah Rebecca Gerstner, nur mit ihm spielte und eben keine Position für ihn in ihrem Unternehmen hat, weiß er nicht mehr, wie er seinen Lebensunterhalt bestreiten soll. GZSZ Carlos am Tiefpunkt Zuletzt erlebten wir, wie Carlos im Park Flaschen sammelte, um an Geld zu kommen, Grund genug für den ehemaligen WL-Geschäftsführer, von seinem hohen Ross herunterzukommen und im Mauerwerk Toiletten zu schrubben. Doch der neue Job führt jetzt zur nächsten Verwicklung. GZSZ Die Polizei überwältigt Carlos. Immerhin kann Carlos sich inzwischen leisten, in einem Hostel zu schlafen, das allerdings mehr schlecht als recht. Als er John nach einem Gehaltsvorschuss bittet, um ein Hotelzimmer bezahlen zu können, winkt er ab. Ich zahle für geleistete Arbeit, da mache ich keine Ausnahme. Plötzlich hat Carlos die Idee, sich nach Dienstschluss im Mauerwerk einschließen zu lassen, um auf der legendären Liege im Lager zu schlafen. Doch damit löst er einen Alarm aus, und so kommt es mitten in der Nacht zu einem Polizeieinsatz. Denn fälschlicherweise halten die Beamten Carlos für einen Einbrecher. GZSZ John feuert Carlos Du bekommst von mir eine Chance und dann bedienst du dich hier? Ist das dein Scheiß ernst? Reagiert John ungehalten auf den nächtlichen Einsatz. Dass sich Carlos in seinem Club häuslich eingerichtet hat, geht ihm bei allem Verständnis zu weit. Carlos erstarrt, er bekommt keine Luft mehr und hat Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Doch John hat wenig Mitleid. Er feuert ihn. Okay, das war's für dich, amigo. Raus! Wie geht es nun mit Carlos weiter? Ja, das war's für dich.